Good morning in the morning. Wir schreiben den fünften siebten 2021. Herzlich willkommen im verregneten Neustrelitz zum zweiten Tag hier auf dem Marktplatz. Hinter mir die Wasserspiele im zentralen Rundkreisverkehr vom Marktplatz. Dann auch das Rathaus zu sehen, kriegt ihr gleich noch entsprechende Bilder. Ja, Wetter ist nicht so schön. Es regnet mal mehr, mal weniger, aber nur gut, muss man durch. Wird sich wohl auch die Woche nicht wirklich ändern. Ja, deswegen packe ich die Kamera auch schnell weg, damit sie nicht so nass wird. Und ihr bekommt noch erst mal ein paar Bilder vom Marktplatz. Und wenn dann das Wetter noch mitspielt, geht es weiter zum Schlosspark. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020